Was geht ab? Ich hoffe, euch allen geht's gut. Wir sind hier mit dem lieben Rascha und reagieren heute auf die Community, die I can 5 Songs nachsingt. Das ist auch ein sehr begehrtes Format auf unserem Kanal. Die Community liebt das und deswegen machen wir das Ganze heute mit dir. Die Community singt einfach die Songs von euch nach und wir hören uns das einfach an. Es gibt lustige Versionen, zum Beispiel es gab einmal Co Kachem mit Zucuk mit Ai. Es gibt aber Leute, die es richtig gut nachsingen, aber auch Leute, die es leider nicht so gut nachsingen. So ist ein witziges Format und mal gucken, wie du es findest. Und Chat, ihr schreibt auch rein, gut oder tot. Let's go. Boah, dieses Walla. Weißt du, was du merkst? Er ist noch frisch. Man merkt das an den Betonen, an den Einstiegen. Kennst du dich, ich würde sagen, so süß? Ja, war doch süß gemacht so. Weil der Junge wusste, du merkst, er hat das Lied richtig gehört. Auch so, Hunger. Also der imitiert uns so richtig gut nach so. Also hat er süß gemacht so, Chat. Ja, war doch süß, Bruder. Oh mein Bruder, Junge, heute in Athenas draußen, Junge, war nichts los. 1 rel. Bitset war nur messen. Hey, ek konnte kein vibe klären. Bitset bitte gehietlich abniiiiiiiiviiiihint. Çıkaray min? Bir tane su versene bana. Kendime geleyim. Bak, und ich'lla otürürnum. Bak, coi schön. Mura, du gleich singel oder was? Ich nicht. Alles gut? Pass auf, Bruder! Diese vonseite Gucken ist gefährlich beim BZ. Ey, aber ich schwöre, war Lachkick. War geil, war cool. Ist das dasselbe? Ich bin schon wieder die Nachfrage. Ich bin schon wieder die Nachfrage. Ich bin schon wieder die Nachfrage. Pardon! Oh no, oh, Bruder! Ich muss eins sagen! Wallah Bruder hätte ich vorher einmal deine Nase geputzt. Ahhhh. Sie bleibt meine Aber ich mag, dass ich, wenn so der Hauptartist darunter ist. Ich will die Originale schon mehr. Genau, genau. Ich hab mich auseinander genommen, ne? Was? Ich bin zu Hause, ich bin am Duschen. Aber wenn du das hörst, ne? Bruder, Walla, Respekt an den Typen. Der ist so ein Trendsetter, Bruder. Ja, ja. Ich schwöre auf alles. Der ist ein Fall für sich, Bruder. Wie der guckt und so, die ich sagen, Bruder, ist schon krass, Walla. Kann man Schwemp bewerten? Ich kann sie gar nicht bewerten. Einer hat geschrieben, sie ist jung. Ja, man merkt überall. Walla süß, ich küsse dein Herz. Walla richtig süß. Du musst auf jeden Fall Eiken am gucken. Du unterstützt uns. Ich küsse dein Herz. Danke für deine Einsendung. Du musst den Tatort lehren. Weil die Bullen immer wieder nur mit Schlagstock reden. Magic Envy, David Plain, verbrenn die Stage. Ich bin every day, wie Cash is Clay. Im Training, there you get the way. The best in game. No hate to pain. Aber Sunny, Regel. Uuuuuhhhh. Cool, es klappt clean, Bruder. Was ist das für eine Luftkontrolle, die der Bruder hat? Walla, der Bruder hat sich auf jeden Fall vorkenommen. Ich will den Pat jetzt rasieren. Walla, hast du stark gemacht, Bruder. Und du hast es geschafft. Assalamu alaikum, meine Damen und Herren. Ich bin's, der Typ. Der Bendo Bandit. Und Sunny Zappeltang, du rappt dat. Okay, okay, okay. Und jetzt kommt noch Bajos Teil auf Beluga. Der hatte, der hatte bisher alle Double Time Parts klingen gemacht. Benno Bandit. Krass. Dann hast du den Return sogar gemacht. Ne? Und jetzt einfach von Bajor. Krass. Aber Beluga sollte der dann auch easy schaffen. Ja. Respekt vor Allah. Jaaaa. Mucho dinero, sagen die Eros in mein Mahalle. Ich pack Pakete, hab kein Alebe. Eilig die gerne, meine Mama, Täter, Koke bekommen. Deine Bruder, Benner, Kinder, Lieben, Koke, Zinken. Ballermani, wegge meine Stoppa Louis Vuitton. Ficke jeden wegge, wenn man mal im Brotspiel will. Es geht auch mal. Warte, guck mal, am Ende wieder rausgeht. Wie? Ja, der macht nicht mal so, dass er dann lacht. Guck mal. Das ist richtig. Einmal, Kamera raus. Ja, Bruder, das ist cool. Ich schweier den. Ich schweier den, Bruder. Ich schweier den. Ich schweier den. Geil. Der ist so cool, der schweier den. Oh mein Gott. Ich schweier den. 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 Bruder, glaubst du mir? Der war bisher bei jedem Teil dabei, ne? Krass. Er ist, glaube ich, der coolste in seiner Schule. Safe. Ich schwör, ich hab das gleich wieder. Oder der nimmt so Pausenbrot von den anderen und so. Ja, ja. Der sagt, wer in wessen Gruppe geht, der wächst im Sportunterricht, wer wen wählen darf. Genau. Der ist so wirklich Alphazin, Bruder. Man merkt das. Krass, ne? Der ist mehr Hasuna als Hasuna selber, Bruder. Ich kenne ja Hasuna, wie der drauf war, Bruder, aber nicht mal. Der hat Hasuna noch besser als Hasuna. Krank, Bruder. Geil. Guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal. Auch diese seitliche. Ja, 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 ja. Er hat ihn studiert. Bruder. Das ist zu krass. Und das Ding ist, nicht mal ich, obwohl ich mit denen, das ist lange Zeit, aber nicht mal du. Keiner könnte den. Ja, Bruder. Seine Handbewegungen dann auch für diese Dings. Ja. So, wenn er dann wieder runter geht und guckt seitlich diese. Boah, boah. Ich sag ja, das ist der kleine Bruder. Der ist letztes Semester schon. Der hat das Studium beendet, Bruder. Der hat Master. Bruder, ich feier den. Und nochmal, Bruder. Auch wenn wir immer wieder den nächsten Teil machen, schick gerne deine Videos ein, Bruder. Bruder, Baller, geil. Ich feier dich. Du bist ein richtig cooler Junge. Wirklich. Die Community feiert die Show, mein Bruder. Okay, das ist geil. Das feier ich immer mit am meisten. Jetzt komm. Marjoli. Wenn schon wieder die Nacht war. Für Mula durch Rata. Abständig nur am Hause. Das geht immer knapper. Pardonne. Langsam werde ich müde. Ich kann keine Liebe mehr spüren. Er hat eine eigene Version draus gemacht. Ich dachte auch, Marjoli zieht die Länge. Aber man hört so diese Heulen, Weinen in Stimme. Cool, cool. Die ist cool, Bruder. Ja, safe. Voneinander Meilen weit entfernt. Darf du dich, Bruder? So auf Lache geguckt. Bruder, wenn ich schon selber mit mir rede, ich mach so. Weißt du? Ja. Er schickt das. Obwohl ich dabei war. Er hat so eine eigene Version gemacht. Ich weiß nicht mehr, welcher Song das ist. Ja, ja. Ich weiß gerade auch. Von wem war der Song? Welcher Song war das, Bruder? Er hat den Song. Ich glaub das ist einer von Azou. Ja, als das, ey. Aber Bruder, Waller, ich weiß nicht welcher Song. Bando Lero, glaub ich. Ja. Ja. Wie? Hä? Nochmal, Bruder? Nochmal? Was? Bruder! Ich glaub sie will nochmal, neu. Bruder, CapCuts umsonst. Schneid doch eh was zusammen, Bruder! Sag wenigstens, es ist schon Ende, Bruder! Ich warte. Weil die Pause ist ja im echten Lied auch so. Mann, oh. Nein! Er macht gerade, glaub ich, Return. Nein, glaub mir. Sie macht jetzt Rewind. Nein, ich hab Return gehört. Ach so. Ich glaub jetzt kommt Return. Ja, Mann. Ja, Mann. Bruder, die pausiert und sucht. Bruder, ich küsse deinen Ernst. Ich küsse deinen Ernst. Ich küsse deinen Ernst. Ich liebe Leute, die lispeln, ne? Ja. Bruder, aber... Hey, Wala, du verzeih mir bitte, ich will nicht respektieren. Wala, du hast auf jeden Fall Gas geben, geflowt. Ja, das hast richtig, richtig geil gemacht, Bruder. Ist auch nicht einfach, aber wie kann das sein, dass die Return besser macht, als das erste. Benno Bandit. Ich muss sagen, der Einstieg bei beiden fand ich gar nicht schlecht, aber dann hat sie... Aber dank für deine Einsendung, ich küsse deinen Ernst. Oh, die Serie. Ja. Ja. Die zwischen so... Zwischen so... Zwischen... Leitzentrum. Doch, glaub mir, die ist gut. Ja. Glaub mir... Ist das eine sie? Ja, ja, ja. Es könnte auch ein Junge sein, der noch richtig jung ist. Ja, ja, genau, genau. Ein kleiner Junge. Am Anfang, Wala, dachte ich auch kurz, Junge, Bruder, die ist gut. Ja, ja. Glaub mir, ich erkenne diese Talente auch. Ja, ja. Ein paar Jahre noch. Hör auf, diese Lieder... Mach wie Emre gesagt hat, ey Leute, bitte versucht echt Lieder, wenn ihr sowas macht. Ich weiß, das gibt euch den Ton an und das gibt vorne mit. Ohne Backups. Aber zum Beispiel, sie könnte das auch selber. Ja. Und du kannst auch selber Musik machen. Deswegen, falls du das siehst, wenn du berühmt wirst, sag Rasha. Nein, aber Wala, komm Eiken 6, probiert aus. Also der macht seinen eigenen Part. Komplette eigene Version gemacht. Nein! Er hat einen Remix gemacht. Canon X Sufjan. Jaja. Und Sufjan macht den Part und Kenan macht die Asher-Dinges drauf. Ja, ich hab's geschafft. Doch der Teufel in meinen Nacken hält mich vor mein Ziel hinab. Ich hab keine Zeit, wenn du jemanden zum Reden brauchst. Dann scheiß mal auf den Komma, nimm mein Zug. Und du wirst wieder froh, ob wir bald dieses THC wie Usain Bolt. Ich nehm's in Kauf, wenn ich mal wieder wegrenn, sehe Lichter. Ich mein, die in Blau. Ach, Gizi, alles locker. Ja, mein Bratty, ja, vertrau nicht jeder Ratte, weil sonst landest du und hab es. Ich mein's ernst. Weil alle cool sind auf der Straße, haben Hunger auf der Straße, bringt das Fluss nachts in den Gassen. Und fast jeder ist am hassen. Freunde kommen und Freunde hassen. Doch scheiß auf die anderen, denn es klingen fette Kassen und ich kann's nicht unterlassen. Papa, verhasch ich in den Gassen. Ach, ey, halt mein Wort, denn ich laber keine Kacke nach. Ey, ich muss sagen, Bruder. Dafür, dass es so auf Low-Version ist, auch schnell. Ja, das musst du eigentlich denken. Hat er das cool gemacht. Klar, im Studio würdest du diese Atemprobleme und so alles rauscutten. Aber, Bruder. Aber die Stimme ist auf jeden Fall. Es ist da, Bruder. Ja, ja, so auf schneller hast du cool gemacht. Sorry wegen der B-Fellkette. Guck mal, wie der Vape-Team. Ja, Bruder, hör auf mit der Vape. Der ist frisch geboren. Was für Vape, Bruder. Mach mal diese weg, Bruder. Komm, du hast geradeaus eingestimmt. Was sagst du mit dein Vape-Anhänger an dein Dinges? Ja, aber Bruder, ich bin außer Janne. Ey, der darf das. Ich bin älter. Ja, wenigstens volljährig. Wallah, wie ein Adam hat der B-Z hat seinen Ding. Der Rest ist der Rest. Wenn der B-Z hat das hier hängen lässt, lässt er das hängen. So, eine Hölle. Guck mal hier, warte, rasch. Aber Bruder, wie geil ist das? Der hat einfach Vape gleich Farbe wie sein. Und ich wette, der hat extra so gemacht. Ja. Kennst du das hier so? Der achtet voll auf seinen Style, man merkt das. Spaß, was für Bape. Aufhörte. Weile. Der hat uns einfach auseinandergenommen. Einmal GGWs in den Chat, Bruder, stark. Ey, der warnt dich vor wegen... Wallah, sorry, wegen der Kette, bitte. Aha. Ey, pass auf, was du gemacht hast. Pass auf. Aha. Aha, Gabriel. Ey, der kann so ne Stimme wie der bekommen. Was hat der für ne Stimmler? Wallah, ich dachte, das wird jetzt richtig Dingens. Krass. Der hat eine richtig krasse Stimmfarbe. Ja, ohne Spaß. Und ey, es ist locker so zwischen 10 und 13. Bruder, du wirst Musik machen, safe. Und warum weint man hier immer? Immer wenn die Sonne nicht lacht. Nur das Wohl nicht hält sie wach. Sie die Maske übers Kinn, so alt die Sonne nicht mehr lag. Fühl mich verloren in der Stadt. Aber zugleich auch geborgen in der Nachbarschau. Sie wollen mich holen. Neun Millimeter am Portus Kosovo, eine scharfe Pistole. Komm, wenn sechs Ablicks sind seltsam, gib mir deine Kohle. Leg auf meinen Grab deine Hose. Ah, ah. Hermano. Du siehst weinende Mütter. Die Straße ist düster. Ah, ah. Hermano. Ich reißes Geflüster nachts in meinem Zimmer. Wenn du bandierst. Du bist kein Schiff, wenn du bandierst auf was du liest. Ey, der imitiert die Jungs auch gut. Ja, ja, ja. Aber Bruder, falls du das siehst, ne? Also du wirst das wahrscheinlich sehen. Bleib mal bei dieser Asus-Stimme. Also da kann was entstehen, Bruder. Vielleicht machst du auch. Du hast Asus nachgemacht. Ja, hat man auch gemerkt so. Aber Bruder, da kann, wenn du ein bisschen ticken, daraus dein eigenes Ding machst. Bruder. Bruder, ich finde den bisher von Eintime sogar mit am coolsten. Das kannst du natürlich nicht sagen so. Aber Bruder, er ist so an sich. Bruder, er ist jung. Er ist cool, Bruder. Geil. Ich glaube, der wird später auf Fresh. Und der kommt sympathisch rüber. Einfach so, keine Ahnung. Aber ey, ich bitte dich. Egal, was du machst. Mach als erst deine Schule. Vernünftig abschließen. Und dann konzentrier dich auf die Musik. Stark. Das ist einfach, dass du was in der Hand hast. Genau so. Bleib aktiv wie ein Bandit. Bendo Bandit. Bendo Bandit. Bendo Bandit. Bendo Bandit. Du bist kein Chi, wenn du ganz ist. Das warst du nie. Bleib aktiv wie ein Bandit. Bendo Bandit. Bendo Bandit. Bendo Bandit. Der hat keine Luft mehr langsam. War's live. Bendo Bandit. Bendo Bandit. Bendo Bandit. Bendo Bandit. Bendo Bandit. Bendo Bandit. Bendo Band. Bendo Band. Bendo Band. Bendo Bandit. Bendo Band. Bendo Band. Bendo Band. Bendo Band. Bendo Band. Bendo Bandit. Bendo Band. Bendo Band. Bendo Band. Bendo Band. Bendo Band. Bendo Band. Malasjkramapart Bruder. Ja? Stark. Kranke Lyrik. Ich würd dir coldgeben Bruder. Ich sag dir ehrlich. Gänsehaut. Es ist gut, dass er diesen Aussatz hat. Weißt du warum? Dann seh mal Leute nach außen hin, wenn du das versuchst nachzumachen, dass das gar nicht so einfach ist. Und die Videos, die hier eingesendet werden, diese Double Time Parts, ich kann meine Hand in 2er legen, die haben mindestens 5.000 bis 50.000 Takes gehabt. Bruder, die Leute wissen nicht, Wallah, das ist so, ey, ich schwöre. Boah, und ich weiß noch, an dem Tag, Bruder, an dem Tag, boah, hatte ich Schiss vor Patzer und wirklich was. Jeder, Bruder. Bruder, aber weißt du, wie der rappt? Bisschen wie OG dieses, so ein bisschen dahergesungen. Aber, wenn der sein eigenes, der kann so ein Straßenrapper werden, also der hat was, ja, ich sag ehrlich, seine Stimme. Meinst du deine Stimme? Der hat, guck mal, 8 Minuten. Ich weiß, was du meinst, was du meinst, was du meinst, aber da musst du noch ein bisschen was schleifen so. Ich bin schon sehr, also, Bruder, das ist eigentlich nix, so, das ist wirklich nix, also, ich sag ehrlich, nicht falsch verstehen, mein Bruder, ich küsse dein Herz. Aber das ist so, du machst, du nimmst den Part nicht ernst, man merkt das, du machst so, so, dann zieh den vernünftig durch, Bruder, Kali zur Liebe, aus Respekt, mach den Part vernünftig. Aber, Bruder, ich bin schon so, ich wüsste, wenn man mit dem zwei, ein, zwei Jahre ins Studio geht, Rap vernünftig wie ein Adam, mach das, mach das, mach das, mach das, Bruder, man sieht, man hört ein bisschen Potenzial aus einer Stimme, ja. Ja, das Ähnliche, muss man ja sagen, war ja bei dir bei Ilo, du hast ja die Stimme gehört, hast sie sofort ins Studio genommen, hast sie so verhindert rausgebracht, hat jetzt 600.000, Ilos erster Song jemals. Wir sind durch mit dem Video für heute, wenn wir einen nächsten Teil abdrehen sollen, dann schreibt es gerne in die Kommentare, schickt eure Videos im Discord-Channel, der Link ist in der Beschreibung, schau mal einen für den nächsten Teil und dann sehen wir uns im nächsten Teil. Wollah, ich hab fünfmal Teil gesagt. Checkt auf jeden Fall rasch ab, Teil. Dann gibt's noch einen Teil. Dann gibt's noch einen Teil. Und checkt BZ ab, bei mir gibt's Datei. Genau, und den anderen Teil seht ihr bei meinem Insta. Passt auf euch auf. Und bei Detail. Okay, reicht, ciao, ciao. Okay, Freunde.